Herzlich Willkommen zu einem neuen Match von PowerGon. Ich bedanke wir sind Kalari und wir sind hier wild unterwegs als Jungler. Ja deswegen heute auch mal vier Minuten später als sonst dazu zugeschaltet ins Match, weil wir junglen und das nicht unbedingt so das bunterbunte vom gelben in der Unterhaltung ist. Daher mache ich sehr viel das hier. Na? Na? Sehr schön. Also den nehme ich gar nicht mit. So. Und der ist mit dem Shop ein bisschen verzögert. Noch Jungle doch nicht kümmere dich um den Turm, du blöder Wampage-Nase-Weiß. Keiner verteidigt die mehr anständig. Was ist denn los? So. Ich bin ja nicht meins. Dabei brauche ich da so sehr die Karten macht. So. Geht mal davor. Und Paladin läuft da ein bisschen dumm gegen die Wand. Warum auch immer? Ähm. Ich habe nichts kleines mehr. Okay. Mal was so. Türme haben wir aber noch alle. Krass. Trotz so viel auf die Fresse kriegen. Ach, Schaden mehr ist. Naja. Dafür jetzt Quitch Chancen. Naja. Naja. Ich kann da vorne nicht hingehen, da sind wir über die Türme. Ah, verteidigen. Über die mit dem Ultimate verjagen, anstatt den Turm zu verlieren, weil jetzt verlieren wir die anderen Türme. Aber ich gehe mal davon aus, dass es nichts mit mir zu tun hat. Eieiei. Ah, hier. Nimm mal was ich will, ist vorbei. Dahin. Ein Schlag, inhalzieren, da fahren wir hin. Eieie. Cool. Klar. Die Kiddenspray, Allied Tower destroyed. Oof! Oof! Autsch, Autsch. Ach, der hat ein Dings noch, ich nehme den hier, neiiin. Nützt nicht, wenn ich die anspringen. Uiuiui, hartes Match. Macht aber Laune so. Ich hoffe ich vergesse das Reden nicht. Weil ich so konzentriert am Kämpfen bin. So, dann gehe ich immer wieder in den Valdi. Dann verteil ich erstmal den hier tot, dass wir den nochmal wieder kriegen, weil so ist doof. So. Gegnerische Lebenswege sehe ich gar nicht. So, ich gehe nochmal in die Mitte. So. Nein, das spricht sehr gut. So. Der kann weg. Der kommt mit. Aber wo war, kann ich da drüben jetzt nicht wegschlachten von hier? Sehr gut. Momo macht das. Tadaa. Oh, das war Djinn. Fuck. Okay. 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 Okay Tada Du machst das schon Ich kümmere mich um das Wohl aller Sehr gut So langsam wird es mit dem Schaden Die Musik Die Musik Die Musik Die Musik Die Musik Oh fuck, sie sehen mich. Hier mal ist auch ein wow-wow-witz. Na fuck. Da wollte wieder jemand zu viel. Und du bist so weit weg. So Südchen. Ich weiß ja wie ich den ganzen Minions damit wegfrisieren können, aber nein ging alles daneben. Gutes holt sie sich. Jawoll. Er ist so oder so tot. Gute Arbeit Leute, gute Arbeit. Gut, gut, gute Arbeit. Habt ihr gut. Oh, das war mein erster Tod. Voll frustrierend. Sehr schön. Das war Teamwork. Das war wirklich, dass sie damit durchkommt. Töricht. Gut. Alle was wollen wir im Dschungel Kuchen abhaben. Gut. 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 Das war's für heute. sehr gut gemacht habe ich sehr gut gemacht klang und sang geschichten mit kalari klänge und schrei des todes und gesänge natürlich konnte ich die nur vergessen haie schimmlingen und ich bin immer dahin zu springen und schön ist zu gefährlich und zu djinn zu springen nicht schön an sich bei sie wahrscheinlich auch aber gerade ja die situation im gesamten kann man ja glück haben das ist eine ganze karte macht die fehlt wieso so viel auf einmal dazu bekommen war der sammler gerade voll deshalb voll merkwürdig schlackofahrt nochmal zwölf macht bonus dadurch jetzt würde ich gerne wissen ob ich die dinos totkriege schlackofahrt schlackofahrt noch nicht ganz ne schaden das ganz gut Die Power grows. Fuck, der Schadensoppe von Djinn ist einfach so eklig, eklig. Nein, der geht kaputt. Wieso haust du noch auf keine von den Gegnern? Mann. Wow. Oh Gott, ich bin noch so lange tot. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ich bin noch so lange tot. Oh Gott. Sehr gut. Fuck, ich bin noch so lange tot. Leute, da habt ihr keine Ultimates. Als ob die alle keinen Schaden machen. Was machen die bitte? Kann Awawa sich da vorne jetzt nach Hause teleportieren oder was? Oh Gott, ernsthaft? Was ist denn da los, Leute? Naja, russische Mitspieler hier muss ich auch gedacht haben, alter Schwede, alter Schwede, alter Schwede. Na gut, ich hoffe, das Match hat euch trotzdem gefallen, auch wenn wir voll versagt haben. Sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Runde vom Powergun wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und haut rein. Bye, bye. She has it. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, bye.